Und so können wir dann immer wieder 400 Euro mit dieser absolut genialen Methode verdienen. Herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video und heute schauen wir uns mal einen sehr spannenden Weg an, mit dem wir es schaffen können, alle sieben Tage 400 Euro zu verdienen. Das Ganze funktioniert mit einer extrem spannenden Strategie. Dabei muss man die Methode, die ich heute in diesem Video erkläre, einmal umsetzen und dann läuft das Ganze von alleine und generiert sogar passives Einkommen. Das heißt, sobald du dir einmal diese Einnahmequelle aufgebaut hast, wirst du jeden Monat davon profitieren und eben auch ein passives Einkommen generieren können in Höhe von knapp 400 Euro pro Woche. Wie das funktioniert, wirst du ganz genau in diesem Video erfahren. Das Beste ist, man benötigt für diese Methode keine besonderen Fähigkeiten, kein Vorwissen und vor allem auch kein Startkapital. Man muss einfach nur die Schritte befolgen, die ich in diesem Video erkläre. Das heißt, lehn dich jetzt entspannt zurück, leg alles andere beiseite und fokussier dich jetzt wirklich, weil dieses Video kann wirklich deine Zukunft verändern. Ich werde es ganz genau beweisen. Schau dir dieses Video bis zum Ende an, du wirst es nicht bereuen. Denn die heutige Methode bietet extremes Potenzial und viele andere würden euch diese Methode niemals verraten oder eben nur für viel Geld anbieten. Das heißt zum Beispiel in teuren Online-Coachings oder Kursen. Und bei mir bekommt ihr die Methode einfach komplett kostenlos hier auf YouTube. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn du in Zukunft mehr kostenlose Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben willst. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden im Bereich Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es ausschauen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine mega spannende Website an, mit der wir es schaffen können, immer wieder 400 Euro alle sieben Tage zu verdienen. Vorab noch eine ganz wichtige Info und zwar diesen Donnerstag um 19 Uhr ist es endlich soweit. Unser kostenloser Workshop startet, wie man es schaffen kann, 2024 als Angestellter mit 0 Euro Startkapital, 300.000 Euro an Vermögen seriös aufzubauen. Wir werden hier einen zweistündigen, komplett kostenlosen Workshop mit euch zusammen live durchführen. Wenn ihr hier noch dabei sein wollt und euch die letzten Plätze sichern wollt, klickt auf den Link in der Videobeschreibung und meldet euch auf dieser Seite kostenlos an. Dazu hier einfach nach unten gehen und nur Name und E-Mail eingeben, dann auf Registrieren klicken. Dann bekommt ihr eine E-Mail zugesendet mit dem Link und auf diesen Link müsst ihr dann gehen und zwar am Donnerstag um 19 Uhr, solltet ihr am besten schon 5 Minuten eher da sein. Es wird mega spannend, das kann ich euch garantieren und diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen, weil das Ganze ist eben 100% kostenlos. Links dazu in der Videobeschreibung, hier solltet ihr unbedingt dabei sein. Jetzt geht es los mit der Methode für das heutige Video. Heute schauen wir uns eine super spannende Strategie an, wie wir es schaffen können, mit Urlauben Geld zu verdienen und keine Angst, man muss dafür selbst nicht mal im Ausland sein. Man kann es ganz entspannt von zu Hause aus machen und trotzdem Geld verdienen. Zuallererst natürlich das Wichtigste und zwar schauen wir uns zuerst an, wie viel wir damit verdienen können im Schnitt. Teilweise 400 Euro pro Woche. Es ist sogar möglich, noch mehr damit zu verdienen, aber wir fangen jetzt erstmal klein an, obwohl 400 Euro jetzt auch nicht schlecht ist. Wenn man das Ganze mal auf vier Wochen, also auf einen Monat hochrechnet, werden das Ganze tatsächlich 1600 Euro eben pro Monat, aber eben komplett nebenbei. Wenn wir das jetzt mal auf ein Jahr hochrechnen, also mal 12, natürlich ist das jetzt nicht ganz korrekt, diese Rechnung, aber um mal einen groben Überblick zu bekommen, kann man hiermit 19.000 Euro und beziehungsweise 19.200 Euro nebenbei verdienen. Ganz legal und seriös, wie genau das erfahrt ihr jetzt Schritt für Schritt. Und zwar geht es heute um sogenannte Urlaubsvermittlungen. Das ist eine Strategie, die die wenigsten Leute kennen. Und jetzt werde ich euch erstmal dazu eine sehr, sehr unbekannte Website zeigen, auf der ihr richtig gutes Geld verdienen könnt und wie ihr dann mit diesen Urlaubsvermittlungen richtig gut Geld verdienen könnt und euch ein passives Einkommen sogar aufbauen könnt. Das erfahrt ihr jetzt Schritt für Schritt und deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und zwar gehen wir dazu auf 100partnerprogramme.de, eine absolute super Seite, um nebenbei online Geld zu verdienen. Und hier kann man eben in allen möglichen Bereichen Geld verdienen. Dazu klicken wir hier einmal auf die Themen drauf. Und hier kann man eben im Bereich Ernährung, zum Beispiel auch Fitness oder auch hier im Bereich Reisen, im Bereich Finanzierung und Kredite oder auch im Bereich Strom und Gas Geld verdienen. In allen möglichen Bereichen, auch im Bereich Tierwelt. Was uns in diesem Video mal interessiert, ist der Bereich Reiseportale. Warum? Dazu komme ich jetzt. Und zwar hier sehen wir auch schon Folgendes. Natürlich steht auch zum einen erstmal der Sommer noch vor der Tür und zum anderen ist es natürlich so, dass man hier extrem gute Beträge verdienen kann. Hier sieht man es auch schon, 70 Euro, 11 Prozent, 4 Prozent. Und was uns hier direkt ins Auge fällt, ist hier der Bereich dänemark.de. Denn hier bekommt man immer wieder 400 Euro an Provision für eine einzelne Vermittlung. Das heißt, wir klicken jetzt hier einfach mal drauf. Das heißt, hier zum Partnerprogramm und hier sehen wir jetzt schon Folgendes. Und zwar hier können wir eben Ferienhäuser in Dänemark vermitteln und das Ganze eben komplett online. Das ist natürlich absolut genial. Ja, und ich kann auch persönlich aus erster Hand bestätigen, dass das Ganze wirklich super ist, weil ich war selbst schon mal in Dänemark in einem Ferienhaus im Urlaub mit, ich glaube, 10, 20 Kollegen waren das, beziehungsweise ich glaube so ungefähr 15. Und ja, es war wirklich absolut super, also sehr zu empfehlen. Ihr könnt da auch gerne selbst einmal hinfahren. Und ja, hier könnt ihr eben das Ganze hier weiterempfehlen und bekommt dann immer wieder für jede einzelne Empfehlung einfach mal 400 Euro. Wie können wir das Ganze machen? Und zwar, wir klicken jetzt einmal hier auf Jetzt anmelden. Dann öffnet sich schon diese Seite und hier sehen wir auch schon, verdiene jetzt bis zu 400 Euro an Provision pro Buchung. Das heißt, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir können hier eben die Ferienhäuser in Dänemark weiterempfehlen und bekommen dann hier immer wieder knapp 400 Euro an Provisionen, was natürlich absolut genial ist. Das Ganze funktioniert in drei Schritten. Ihr könnt euch kostenlos anmelden, dazu hier einfach E-Mail eingeben. Natürlich an dieser Stelle keine bezahlte Werbung. Ich finde Ferienhäuser in Dänemark persönlich selbst super, war da auch schon im Urlaub, deswegen kann ich das hier natürlich weiterempfehlen und werdet auch nicht dafür bezahlt. Also es ist hier alles aus eigenem Interesse. Und hier könnt ihr, beziehungsweise aus eigenem Antrieb und nicht mit bezahlter Werbung, hier könnt ihr euch wie gesagt anmelden. Und dann könnt ihr hier schon einen sogenannten Affiliate-Link bekommen und könnt ihn dann eben bei euch einbinden, zum Beispiel auf Social Media und könnt dann damit Geld verdienen. Wie kann das in der Praxis aussehen? Und zwar habe ich da mal ein paar Beispiele für euch vorbereitet. Und zwar, ihr könnt Nummer eins das Ganze natürlich zum Beispiel auf Instagram machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eine Instagram-Seite aufbauen, bei der ihr zum Beispiel immer spannende Bilder aus Dänemark postet und dann den Link hier einfügen, einfügen, wie das hier der Instagram-Blog Reisereporter oder die Instagram-Seite Reisereporter schon gemacht hat. Wie könnt ihr kostenlose Bilder bekommen zum Thema Dänemark, die ihr ganz einfach verwenden dürft. Dazu geht ihr auf die Seite pixabay.com und hier, so sieht das Ganze aus, pixabay. Und hier könnt ihr einfach mal Dänemark eingeben. Dann seht ihr hier schon, das ist jetzt ein bisschen schlecht lesbar. Aber hier, wenn ich es hier vorher vorhebe, sieht man, es gibt hier über 3100 kostenlose Bilder zum Thema Dänemark, die man auch verwenden darf. Das heißt, hier wirklich super interessante und auch sehr, sehr gute Bilder, wie ich finde. Das heißt, hier kann man zum Beispiel sich mal dieses Bild hier auswählen. Das heißt, hier klicken wir jetzt mal rauf und dann sehen wir hier auch schon, hier zack, zack, zack sehen wir das Bild und hier können wir das Bild sogar kostenlos downloaden und wir können dieses Bild auch kostenlos nutzen und es ist kein Bildnachweis nötig. Das heißt, wir müssen hier nicht mal eine Quelle angeben. Das ist natürlich eine super Sache. Das heißt, hier können wir dann raufgehen und dieses Bild einfach mal kostenlos runterladen, kostenloser Download und hier können wir eben bestätigen, dass wir kein Roboter sind und das Bild einfach mal gratis runterladen. So, und dieses Bild oder auch natürlich viele andere Bilder, als wie gesagt, es gibt da über 3000, könnt ihr jetzt einfach hier bei Instagram hochladen oder auch bei TikTok hochladen oder in Facebook-Gruppen und dann eben das Ganze mit eurem Affiliate-Link versehen. Das heißt, zum Beispiel, ihr wollt eine Reise in Dänemark buchen oder ein spannendes Ferienhaus besuchen, dann schaut hier auf jeden Fall vorbei und dann packt ihr euren Link zum Beispiel hier rein oder jetzt kommt noch ein weiterer Tipp. Ihr könnt zum Beispiel einen Reiseblog aufmachen, also eine eigene Reiseseite. Hier zum Beispiel diese Seite heißt komm, wir machen das einfach.de finde ich auch spannend. Auch an dieser Stelle keine Werbung, das ist nur ein Beispiel. Hier haben sie eben verschiedene Reiseziele, zum Beispiel Island oder Portugal oder Südafrika und hier könnt ihr dann beispielsweise auch eine solche Reiseseite aufmachen, eine eigene Website, zum Beispiel hier auch dann zum Thema Dänemark. Das ist jetzt nur ein Beispiel hier. Könnt ihr jetzt anstatt Island Dänemark stehen und dann schreibt ihr hier einfach einen kurzen Text dazu. Ich gebe nochmal einen kurzen Insider-Tipp und zwar solche Texte kann man dann zum Beispiel auch ganz einfach mit ChatGPT schreiben. Das heißt, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. So und zwar können wir jetzt hier zu ChatGPT gehen und hier können wir uns jetzt einfach einmal einen Blogartikel beispielsweise schreiben lassen und zwar hier, schreibe ich jetzt einmal rein, schreib mir einen Blogartikel zum Thema Dänemark. So und jetzt werden wir hier das Ganze einfach dann übernehmen können beziehungsweise wir werden jetzt nicht eins zu eins das Ganze kopieren, sondern wir werden jetzt folgendes machen und zwar ich warte nochmal ganz kurz, bis er hier beziehungsweise die Künstliche Intelligenz ChatGPT das Ganze fertig geschrieben hat. Das heißt, hier werden wir das Ganze jetzt einfach mal bis hierhin kopieren. Zack, zack, zack. Und jetzt kommt wieder die nächste Seite ins Spiel und zwar hier die Seite textumschreiben.com. Hier können wir jetzt einfach mal den Text einfügen. Zack, zack, zack. Und den einfach mal hier wirklich nochmal umschreiben lassen. Wirklich anti-plagiat. Das heißt, hier zum Umschreiben nochmal bestätigen, dass man kein Roboter ist, zum Umschreiben klicken und jetzt haben wir den Text, den die Künstliche Intelligenz geschrieben hat, nochmal von einer anderen Künstliche Intelligenz umgeschrieben. Das heißt, wir haben jetzt einen hundertprozentig eigenen Text und den können wir jetzt zum Beispiel bei Instagram posten oder bei Facebook oder ihr könnt jetzt eben wirklich auch in kürzester Zeit eine eigene Website erstellen, auch komplett kostenlos. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht dann zu Google und gebt da Google Sites ein. Dann öffnet sich schon dieser Vorschlag hier, sites.google.com und hier können wir jetzt einfach mal raufgehen und hier können wir jetzt auf Leerklicken eine neue Seite erstellen. Und hier können wir jetzt einfach mal ein Beispiel geben. Hier zum Beispiel Dänemark. Zack, zack, zack. Dänemark. Und hier können wir jetzt ein Bild einfügen. Das heißt, hier klicken wir auf Bild ändern und können hier einfach ein Bild hochladen, beispielsweise das Bild von Pixabay, was wir gerade runtergeladen haben. Ja, das sieht auch schon mal ziemlich gut aus. Hier können wir nochmal einen Namen für die Website eingeben und zwar hier einfach mal Dänemark-Tipps. Zack, Dänemark-Tipps. Und jetzt können wir folgendes machen und zwar wir gehen jetzt mal zur rechten Seite. Hier können wir jetzt nämlich nochmal ein Textfeld einfügen und zwar hier. Und hier können wir jetzt folgendes hinschreiben und zwar hier. Buche dir hier dein unvergessliches Erlebnis in einem Ferienhaus in Dänemark. Zack, hier können wir jetzt das Ganze einfügen. Das heißt, hier fügen wir dann dementsprechend dann unseren Affiliate-Link ein, den wir dann bekommen, beziehungsweise wird es natürlich so geschrieben. So, und hier fügen wir dann den Link ein. Wie ihr das macht, ihr markiert dann das Ganze, beziehungsweise hier muss natürlich euer Link hin. Das ist jetzt nur ein Platzhalter und hier gebt ihr dann ein, dass es eben der Link ist und hier muss der Link dann hin. Der Titel, beziehungsweise der angezeigte Text muss natürlich gleich sein oder ihr könnt dann sowas hinschreiben wie hier klicken. Dann wird das Ganze dann hinterlegt. Und ich gebe jetzt mal einen Beispieltext. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch meine Website verlinken wollen würde, gebe ich jetzt einfach ein, zum Beispiel www.teamleon.de und dann schreibe ich hier zum Beispiel hin, hier klicken und dann, zack, sieht das Ganze so aus. Und was jetzt eben super ist, hier könnt ihr jetzt noch Folgendes machen. Ihr könnt dann das Ganze oben hier veröffentlichen oder wir können jetzt hier, weil wir jetzt natürlich nicht eine komplett leere Seite haben wollen, können wir jetzt nochmal einen Inhaltsblock hinzufügen. Das heißt, hier nochmal zum Beispiel sowas auswählen. Das heißt, hier nochmal ein Bild hinzufügen oder eben zum Beispiel Folgendes machen. Hier nochmal ein weiteres Textfeld hinzufügen und hier können wir jetzt beispielsweise dann nochmal unseren Chat-GPT-Text eben einfügen. Das heißt, hier kopieren wir den und dann, zack, fügen wir hier nochmal das Ganze ein. Und jetzt werde ich hier natürlich nochmal, beziehungsweise diesen Text meinte ich jetzt ja nicht, sondern den umgeschriebenen Text für alle, die jetzt aufgepasst haben und zwar diesen hier natürlich. Zack, umgeschriebener Text und hier fügen wir das Ganze ein. Und ja, jetzt haben wir natürlich noch ein paar rote Dinger drin, die wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, wir können es erstmal komplett fett machen, unterstreichen, so, zack, dass es alles normal ist. Und hier natürlich nochmal die Schriftfarbe auswählen, alles komplett schwarz und jetzt ist es wirklich schon super und jetzt werde ich hier natürlich nochmal ein paar Bilder einfügen. So, hier habe ich jetzt natürlich nochmal den Rechtschreibfehler korrigiert. Hier habe ich jetzt nochmal ein paar Bilder eingefügt, das heißt, hier natürlich die Flagge, hier nochmal einen schönen Sonnenuntergang und hier ein paar Ferienhäuser, damit es auch dazu passt. Und hier können wir jetzt Folgendes machen und zwar hier gehen wir jetzt auf die rechte Seite und können unsere Website direkt veröffentlichen. Das heißt, hier Dänemark-Tipps beziehungsweise die kann natürlich kein R, das heißt, hier AE. So, und jetzt können wir hier das Ganze nochmal einfach mal veröffentlichen und dann werde ich euch gleich zeigen, wie das Ganze aussieht. So, und zwar hier können wir uns das Ganze jetzt einfach mal ansehen, indem wir hier unten raufklicken und dann bin ich mal sehr gespannt. Und ihr seht dann hier diese Seite hier, Dänemark-Tipps, die habe ich einfach mal in fünf Minuten gerade erstellt. Ihr habt es ganz genau selbst gesehen und es würde dann eben so aussehen. Hier würdet ihr dann das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner machen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine gute Website man eben wirklich kostenlos hier in kurzer Zeit erstellen kann, wenn man sich minimal Mühe gibt und das vielleicht ein, zwei Stunden lang macht und nicht so fünf Minuten hingeklatscht wie ich jetzt. Aber hier wird es dann so aussehen, hier packt ihr an euren Affiliate-Link rein und hier kann man dann eben raufklicken und dann würde sich hier beispielsweise nicht nur meine Seite öffnen, sondern eben dann eure Seite logischerweise beziehungsweise euer Affiliate-Link für die Dänemark-Reisen. Und diese Seite hier oder den Link direkt könnt ihr dann eben bei Social Media posten oder direkt zum Beispiel an Freunde schicken oder ihr könnt eben auch zum Beispiel selbst über die Seite buchen. Ja, das ist erlaubt. Und zwar sehen wir das Ganze hier. Das habe ich hier nochmal extra hervorgehoben. Und zwar hier der Dänemark-Affiliate-Tipp. Wenn du nach dieser Zeit selber nach Entspannung suchst, buchst du einfach über deinen Partner-Link ein Ferienhaus und hältst die volle Provision. Und das ist jetzt wirklich nochmal ein Bonus-Tipp. Und zwar, ihr könnt natürlich das auch so machen, wenn ihr zum Beispiel selbst mit Kollegen oder Familie, Bekannte, Freunde, wer auch immer, wenn ihr selbst zum Beispiel in Urlaub wollt, könnt ihr einfach mit eurem eigenen Link buchen. Das ist oftmals nicht erlaubt, aber auf dieser Seite beziehungsweise bei diesem Programm ist es erlaubt. Das steht ja auch extra. Und dann bekommt man trotzdem die 400 Euro Bonus beziehungsweise eben quasi 400 Euro Rabatt, wie man es eben selbst nennen mag. Und das ist natürlich eine super Sache. Oder ihr könnt es eben so machen, dass ihr zum Beispiel Freunden sagt, jo, hier bucht die Seite über oder bucht die Reise, die nächste Reise über meinen Link. Dort bekommst du zum Beispiel 200 Euro Rabatt. Und dann steckt ihr euch eben 200 Euro von der Provision ein und 200 Euro gebt ihr eben dann weiter, dass ihr eben dann die 400 Euro an Provision aufteilt. Und solche Sachen könnt ihr alles machen. Und das ist wirklich nur eine von vielen, vielen Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen. Ihr seht jetzt auch, das ist nicht wirklich schwierig. Und wenn ihr diese komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung gefallen hat, dann gebt jetzt auf jeden Fall gerne mal einen dicken Daumen nach oben. Jetzt natürlich die Frage, muss man für die heutige Methode ein Gewerbe anmelden? Dazu kann ich sagen, wenn man das Ganze langfristig machen will, muss man auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Aber es gibt auch die Option, Online-Geld zu verdienen ohne Gewerbe. Dazu hatte ich euch schon ein komplettes Video aufgenommen. Klickt dazu einfach auf das Video, was ich hier jetzt in der Mitte einblenden werde. Dort beweise ich nämlich ganz genau, wie ich 1000 Euro innerhalb von 24 Stunden aufs Konto mit Beweis bekomme. Das heißt, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.